Speistige Reiste reisen selten bis Elba, dann achtet euch halt selber. Hallo meine Hörner, da YouTube das letzte Video weltweit gesperrt hat, habe ich es jetzt so gemacht, ich habe es nochmal woanders hochgeladen, Link ist in der Beschreibung, schaue ich auch nochmal einen Kommentar unten drunter und ja, machen wir es in Zukunft halt so. Tschüssi.